heute mal ein bisschen leidiges thema aber ich will es damit auch mal abschließen und zwar stehen wir der ein oder andere wird es gar nicht mitgekriegt haben haben wir hier der hobby elektroniker also thomas liebe grüße an der stelle hat vor drei tagen video hochgeladen youtube kommentare verschwinden fake aufrufe alles nur fake ich würde sagen hör mal kurz rein grüße euch heute zu meinem video heute geht ich spiele jetzt mal ein bisschen vorher wo die stelle kommt ich glaube er hatte genau hier geht es dann um die wurst und zwar trage ich das jetzt alles weil ich habe ja mit thomas wir haben kontakt ohne youtube und dadurch ist das aufgeflogen das wäre auch nicht aufgeflogen und zwar dieser kommentar hier ist nicht angekommen bei mir ich habe dann mit thomas hin und her geschrieben das zeige ich euch jetzt auf discord so ja ich habe jetzt thomas das ist scheiße ich denke ich werde das hier alles verpixeln damit ihr damit thomas keine probleme gibt müssen wir halt jetzt mal glauben ich meine das ist ja das ist derselbe screenshot hier wie aus dem video vom hobby elektroniker quasi das ist doch hobby elektroniker und da hat er geschrieben xd meine kommentare verschwinden ganz komisch hast du mal drunter geschaut ob dir meine kommentare angezeigt werden das wort 13 uhr 19 ich habe dann die nachricht gekriegt auf dem handy und habe gedacht nur guckst halt mal so manuell an der glocke war nicht natürlich ist er nichts gekommen hab grad robert sehen wird geschaut ich habe schon geschaut die besser so und dann schickt er mir hier das ist das was mir hoch was in dem video gesehen hat und das ist quasi ja moin habe einen beweis dass der kommentar verschwindet dann schreibe ich nur ein kleiner fehler oder halt sensor ki was sowas wohl kosten wird ich habe von zuschauer einige bilder bekommen wo kommentare weg sind nur die raffen was dann habe ich ihm quasi ein bild geschickt ein screenshot von meinem handy dass ich eben keine glocken benachrichtigung habe dann habe ich in die glocke reingeklickt hier auf ding und habe schon auch dein letzter kommentar also letzte kommentar von ihm war hier vor 55 minuten da hast du dein beweis wirst du und hier sind die kommentare das hat er halt gesehen so hat er hier kommentiert ich habe es doch gar nicht gelesen mein geschieber kommentar wurde gar nicht veröffentlicht gut kann man ja selber lesen und das sehe ich das ist natürlich wieder der eine oder andere wird natürlich sagen das ist natürlich ein einzelfall ist natürlich klar aber das thema hatten wir auch schon mal ich werde das dann auch damit gut sein lassen also wenn jetzt noch mal irgendwas ist werden wir dann auf dieses video hier verweisen so dass das sind jetzt noch mal zwei ältere beispiele ich hatte ihn gern noch mehr aber durch den heck und durch den ich habe damals nachdem ich den heck hat dann habe ich ein pc neu gemacht und habe die festplatte ja da hatte ich irgendwas falsch angeklemmtes mit der festplatte abgeraucht das hieß da gab es noch wesentlich mehr leute ne so gehen wir hier mal rum hier youtube mag dich offen mag dich nicht offenbar auf jedes video muss ich 5 8 mal klicken die ersten paar mal bekomme ich dafür ein standbild mit einem sich um sich selbst drehenden ring irgendwann funktioniert es dann habe versucht bei gewollten videos jetzt beim ersten mal wahrscheinlich ist das ein zufälle und mein subjektives erleben weiß ich schon der realität meint zumindest wiki blöd ja anderen brauchen wir nicht drüber reden du weißt ja das telegramm-abäne und brasilien verboten wird dann haben wir hier youtube mag mich nicht teil 2 genau da habe ich hier mal wie das dann aussieht wenn ich eben gerade wieder wenn sie mich auf dem krieger haben kann ich keine kommentare schreiben ich bin nicht blockiert ich bin nicht gesperrt nichts was retunet erhoher naja ja das ganze hier habe ich noch irgendwie was habe ich hier verstoßen gegen die nützungsbedingungen gut das war jetzt facebook das habe ich aufgegeben facebook das kinder und löschen den müll ja an das ganze thema wir gehen jetzt mal ich habe noch das ist ja jetzt aktuell und wir gehen jetzt mal in mein youtube studio weil dieses ganze thema hatten wir ja schon mal ich scroll da jetzt einfach mal ein bisschen rum wenn das interessiert ich habe jetzt aber die links nicht rein dann du doch selber mal bei meinem video scrollen und dann seht ihr das hier zum beispiel haben wir das mit dem 50 50 systemfehler in google und taktago wo ich euch gezeigt dass die suchmaschinen mich nicht anzeigen ja ich bin zu blöd zum suchen das ist das dann habe ich vorher schon dass ich mit youtube aufhören kann weil es sinnlos ist wenn die hier von von youtube guck mal hier das video hat 193 aufrufe ich habe was habe ich jetzt allerdings 858 abonnenten also wenn ich mit youtube aufhören ein video mit dem titel und dem interessiert geben dann guck gehen wir an warum so das war wann war denn das überhaupt 1911 also november letzten jahres habe ich dann selber persönlich damit abgeschlossen wo ich gesehen habe dass die zwei videos könnte ich euch ja mal verlinken dass ihr mal seht dass die ganzen suchmaschinen die zehn beliebtesten suchmaschinen der welt mein video nicht anzeigen was ich gesucht habe absolute freiheit ich habe es noch nicht kontrolliert ist mir auch egal ich hat den sinn leute so jetzt gehen wir mal weiter weil das ganze das ist das war schon eher ne guck hier hier geht es dann los what the fuck natürlich auch nur 150 aufrufe ist ja klar das darf keiner sehen das darf nicht gezeigt werden hier shadow bahn bei youtube 160 aufrufe wahrscheinlich habt ihr das alles gar nicht gesehen nehme ich jetzt mal an meine zuschauer ne hier 100 prozent positiv ne das hat das haben naja egal auf jeden fall hier nochmal der der shadow bahn von damals da habe ich dann danach hier ein video gemacht das like verhältnis fällt weiter wie prophezeit also da youtube hat quasi mich nicht shadow bahn oder so sondern die haben mir 60 negative bewertungen reingeknallt am direkt nach hochladen und dann habe ich gesagt das kann aber nicht sein weil das würde ja auffallen und dann seht ihr in dem video hier leute hier dieses und dieses video wenn ihr euch das anguckt wie ich prophezeit habe dass die wieder fallen aber ganz langsam damit das eben keiner merkt ne absolut krass ich habe es ohne und durch zufälle gemerkt ich weiß nicht wie ich da drauf gekommen bin und das ganze wahrscheinlich hat so ein bisschen was mit dem messfehler hier zu tun ich weiß es nicht ne ich weiß jetzt nicht ob es wirklich der messfehler ist oder ob ich ein paar falsche sachen gesagt habe das weiß ich nicht ne kann natürlich sein keine ahnung ich glaube hier ja mit so einem radel da habe ich glaube ich das wort glaube ich so was bis jetzt gar nicht mehr ich sei gerne guck mal weiter weil da war glaube ich noch was da ja aber noch ein video action for free to die bursen leds er schon veröffentlicht muss noch beworben leider zu ich glaube aber das war es jetzt doch wir hatten das glaube ich schon ein paar Monate vorher auch schon mal so so bisschen den verdacht ich gucke jetzt mal schnell durch kann sein dass mich jetzt das war dann 19.05 also mitte letzten jahres fehler auf youtube deutschland fehler oder zensur ich glaube das war es jetzt ich glaube das war es jetzt das ist so traurig sicher im internet was habe ich aus dem heck gelernt und auch selbst schon von der zählern angebnis und alle geklärt haben naja so ich soll jetzt noch einmal selber durch ob ich jetzt noch ein video findet zu dem thema es geht doch noch weiter denn so 2.0 mein fehler natürlich das war am 25 1 23 das geht schon über ein jahr jetzt das die aber natürlich wieder auch 166 aufrufe 166 aufrufe ja wahrscheinlich vorher das kalender lüge video oder wollen ich meine skripte auf das ok noch sehen dass das ich das entschlüsselt habe wir entschuldigung wir mich auch hier hier habe ich auch wieder eine zensur findet nicht statt das war am 11.1 also im januar letzten jahr das ist interessant hier nach der kalender lüge jetzt müsste ich mal gucken ob das dann los ging ob das so krass ist hier war das e-auto hat man da gemacht ja ich glaube das war es dann hier sind jetzt ein bisschen hier sind wir hier sind wir hier sind wir hier sind wir ich hoffe das ist jetzt so ein bisschen rüber gekommen dass es jetzt hier seit über einem jahr geht das theater wo teilweise bei meinen zuschauern das immer noch nicht angekommen ist die immer noch denken dass hier irgendwie fehler von youtube ich glaube das war es jetzt 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 noch die alten Kamel da fällt mir ein Jungs ich habe ja ewig nicht mehr ich will ja sonntags mal Hänger durchladen Jungs haben wir noch mal real ja ich denke tun wir an der Stelle jetzt gut sein lassen ich werde in Zukunft wenn jemand mir eben schreibt dass sein Kommentar verschwunden ist wobei ich natürlich bei den meisten gar nicht merke ihr merkt wahrscheinlich auch selber nicht dass ihr eben was schreibt und ich krieg das nie ich hab das nie in der Glocke ich werde das niemals sehen was ihr geschrieben habt und das ist natürlich schon ein bisschen hart also wenn ihr mal mir einen Kommentar geschrieben habt und das arrogante Arschloch euch vielleicht nicht geantwortet hat naja ich denke das ist gut so wie es jetzt ist also ich habe jetzt aktuell nicht mehr die Probleme die ich damals hatte ich vermute echt das ist was ich sehe ich irgendein Video entweder Messfehler oder mit dem Kalender Lüge oder Mann mit dem Beunisch das sind ja alles Sachen die ziemlich neu sind und neue Sachen ist ja böse und blablabla ich werde jetzt auf meinem Kanal ist das das letzte Video zu diesem Thema wenn nicht irgendwie jetzt was übelst gewaltig ist also ich kann bin stehbereit vom Interview zu der Sache kann das ja auch übelst viel zeigen was hier passiert ist und so aber ansonsten ist für mich das Thema beendet also ich rede da nicht mehr drüber ich werde auch die Kommentarfunktion von YouTube die kann ich nicht mehr so nutzen also ich werde euch nicht mehr antworten es bringt einfach nichts wahrscheinlich kriegt ihr meine Antwort auch nicht mal ich weiß es nicht und warum soll ich dann noch schreiben ich mache das jetzt so ich lese eigentlich fast alle Kommentare wenn es die Glocke mir anzeigt es gibt doch viele Videos wo ich selber gesehen habe all die Videos wo ihr teilweise übelst viel kommentiert habt und ich kriege da keine Benachrichtigung also es wird alles blockiert und so das hießt für mich dass ich in Zukunft wichtige Sachen also wenn ich jetzt mal einen Kommentar lese wo jemand sagt ey Action dein Aluhut ist nicht mehr ganz so schön der hat hier einen Riss dann werde ich das einfach in das nächste Video irgendwo mit einbauen dann wird es noch ein bisschen persönlicher und wir können dann die Kommentarproblematik sag ich jetzt mal die fehlerhaften Kommentare umgehen gut das soll jetzt mal gewesen sein ich bin doch alle anderen die jetzt das bei mir festgestellt haben Thomas jetzt oder F lose oder wie gesagt es gibt viele anderen gibt viele die das die das jetzt gerafft haben was hier los ist und was mit mir gemacht wurde oder wo gemacht wird und aber ich sag euch eh ins scheiß drauf denken scheiß also doch lasst euch nicht durch die scheiße runterziehen ich lasse mich dadurch auch nicht runterziehen guck mal ich bin ganz ganz normal ich habe damit kein Problem Leute das ist YouTube hier geht es nicht um Leben und Tod alles gut regt euch da nicht auf ich denke dass man es sachlich anspricht habe ich hiermit getan aber steigert euch da nicht rein das ist schon immer so Leute nur wir haben es jetzt oder ich habe das schon vor einem Jahr gemerkt oder so das war schon immer so Leute immer seit Beginn an ne also nur weil wir das jetzt gemerkt haben brauchen wir hier rumheulen oder so dann haben sie gemerkt und wir agieren und blablabla ich bitte euch da macht euch nicht so verrückt oder so wenn es absolut wichtig ist dann nenn dein Handy mache Video und lade es auf YouTube hoch oder schick mir das irgendwie Discord Telegram und fertig anders geht es nicht mit Kommentaren oder hier das kannst du abwagen in diesem Sinne lasst krachen lasst euch nicht verarschen und viel wichtiger ist verarscht euch nicht selber tschüssi oder nenn wenns auf fuf sm